What the devil looks like, me and you? Wow! Ich bin wieder schön! Wie konnten Sie es zulassen, dass bald einer Bread entkommt? Dafür fliegt sie raus! Mit dem kann man ganz doll kuscheln. Agnes, was machst du da? Naja, du hast doch keinen Job mehr und da wollte ich dir helfen. Verzeihen Sie bitte! Hey, könnten Sie kurz? Oh, aber natürlich. Gut, wie ich soeben sagen wollte, hab... Auf Wiedersehen! Oh nein! Ernsthaft? Ich muss mich wirklich ganz dringend mit Ihnen unterhalten im Auftrag Ihres Zwillingsbruders. Was? Zwillingsbruder? Zwillingsbruder? Die Bruder? Ich lerne meinen Bruder kennen, ich kann es kaum erwarten! Wartenbruder! 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 Ich lerne mir nicht so viel aus Dingen! Oh! Sei mir ehrlich, Bruder! Das Schurkentum liegt dir im Blut! Bist du bereit, die Familientradition fortzuführen mit mir? Nein! Dieses Leben habe ich hinter mir und nur ein Ding! Oh! 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 Ich werde aufgesch... Ich werde aufgesch... Nix passiert! Was ist denn das? Was ist denn das? Nein, nein, nein! Das heißt doch gar keinen Fall, dass ich wieder Schurken werde! Luca, bueno, pignouf, bueno, pignouf, bueno, pignouf, no les pignouf.